Musik Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, mein Name ist Karte de Kaleco Scheiße und ich pimpe deinen YouTube-Kanal, also eigentlich hoffe ich, dass ich mein Name pippe, weil wenn man mal die Aufrufe der letzten Monate verfolgt, Stonks ist das nicht, egal. Die Leute haben mich angeschrieben, haben gesagt, ey Kalle, kannst du mal wieder all der vier spielen, ich gebe dir jetzt einen Story-Modus. Ich weiß nicht genau, was man mit Story-Modus bei dem Game meint, ich weiß nur, dass die Musik essentiell für das Feeling ist, deswegen machen wir sie jetzt wieder an. Ja, das hat ja super geklappt. Dann würde ich sagen, starten wir mal ein neues Spiel. OMG! Your first night, your first, your fifth night item. Oh. Ach ja. Wo soll ich denn jetzt hier hin? Oh mein Gott, wer bist du? Wo kommen die her? Hä, was wollt ihr von mir? Es gibt nur Ego-Perspektiven-Modus. OMG! Was wollen die von mir? Die haben jagen mich. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Scheiße! Oh mein Gott, die haben sich aufs Maul gelegt. Oh, da oben sind geile Chicks. Oh mein Gott. Okay, woher soll ich denn wissen, dass die hier direkt auf mich rauf gehen? Das ist ja aufs Maul gepackt, Digga. Ist das jetzt einfach nur ein neues Level, oder? Oh mein Gott. Shit, 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 shit. Ich hab meinen Huhn verloren, glaub ich. So. Nee! Oh, ich blute aus dem Knie. Nasenbluten. Kniebluten. Ah! Oh mein Gott. Na, 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 na. Ah! Aber vermutlich kann man hier so geil rüberjumpfen und dann hier und dann hier. Ja. Nein. Ah, ist okay. So. All right. Was geht bei ihm? Oh, der kommt auf mich zu. Halt, halt. Ui! Oh. Ja. Okay. Interessant. Wir haben erst den vierten Versuch. Warum ist denn hier so Acker-Match? Was soll das? Also ich denke, hier hoch hüpfen ist smart. Dann hier. Und dann hier. Oh, safe. Wie könnte man denn nochmal das Huhn schmeißen? Das ging doch irgendwie. Ach shit. Wie ist denn das denn? Ah, einfach den linken Maustaus hier. Kann ich die abschießen? Jetzt will er mir ja nicht auf den Sticker gehen. Ach so, der geht durch Gegenstände durch. Natürlich. Natürlich. Was soll das jetzt hier? Hallo. So. Mehr wollte ich doch nicht. Oh, die kommen ja hinterher. Ja, okay. Das ist ja überhaupt nicht unfair. Oh, mein Gott. Ich habe sowas von outmooved. Aber er ist schneller. Warum ist er schneller? Irgendwann, was ist so? Wenn du in der Selbstmordtaste Standard-G drückst. Ja. So, jetzt haben wir den Safe mal getroffen. Hier müssen wir jetzt einfach nur... Warte. Können die am Rand vielleicht lang gehen? Hier ist er nicht getriggert. Oh doch, 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 oh doch. Oh! Steh auf! Ja! Hier kommt der mich her. God bless. Okay, okay, okay. Das sind also Bällchen. Hier kann ich nichts machen. Aber hier gibt es doch bestimmt am Anfang wieder irgendwie so einen krassen Glitch, dass ich mich da richtig wegbumsen lassen kann, oder? Ich finde es geil. Hier sieht es auch so aus da drin. Kann ich da wieder rüberspringen. Scheiße, Alter, die ganze Mannschaft ist jetzt hier. Alter, was wollen die von mir? Ja, genau. Ich will doch nur noch hochspringen. Lass mich doch mal in Ruhe. Ja gut, dann lassen wir es. Achso, hier ist ein Item drin. Ich habe jetzt einen Bogen? Habe ich jetzt einen Bogen? Muss ich das Item denn benutzen? Vor allem, ich habe mir doch den Safe hier geholt. Oder habe ich den jetzt erst? Ich habe den letztes Mal gar nicht eingesammelt. Kann das? So, auf den kann ich gleich rausspringen Okay Oh ja, das war so richtig Das war so richtig, glaube ich Richtig, ah, wirklich Oh, irgendwie, so lege ich auf den Boden Kann ich nicht einfach Er will, dass ich da hingehe Oh nein Oh mein Gott, ich bin so smart Viele bunte Smarties Runter Wieso geht er nicht runter Komm, 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 komm Oh mein Gott, next level brain shit Oh nein Oh ja Ja Aber jetzt sind wir hier Okay Ja, klar, ich hab's in den G gedrückt Was? Die Mucke pusht Die Mucke pusht Ich kann die töten Es sind zu viele Es sind zu viele Ja genau, die schwingen alle Hallo Hä, wieso bin ich jetzt verreckt Oh Mann Warum bin ich jetzt hier eben verreckt Alright Okay Geh mir das Safe-Ding Hey, aber kann ich nicht einfach sagen Spar mir die Scheiße hier Ja Oh, warte Oh, warte, ich hab die Idee Okay, scheißegal, Digga Okay, okay, okay Ja, scheiß auf den Safe-Point So, und jetzt nehmen wir den Schwung von ihm hier Scheiß Nein Ich wollte hoch springen Und dann Weißt du, was ich meine? Weißt du eigentlich, was diese Items bringen? Wie benutze ich die vor allem? Oh, das war ein Se- Oh, okay, Steuerung Ich hab grad richtig abgespritzt Gut, versuchen wir nochmal den Conversion- Äh, Conversional Also den Run hier an der Side of the Line Klappt nicht Ah Oh shit Hä, ich hab Äh, der ist auf mich aufgesprungen Ja, genau das Oh mein Gott Ja, genau das wollte ich Aber ich bin tot Aber wir wissen langsam, wie der Lachs labt hier So, hier, Items Alter, ich Ah Perfekt Okay, sind alle tot Warum ist da eigentlich so eine, so eine Dimension? Kann ich da eigentlich mal durchspringen gleich? Probier ich die nächsten mal mal Aber hier geht's nicht drauf, ne? Schade Äh, was hab ich da jetzt hier hingeworfen? Ich kann mich nicht bewegen Stepbrow haben es Sack Bin einfach gestorben Was ist denn hier? Das kann ich ja gar nicht durch Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande, eww Aber man könnte doch irgendwie, man könnte doch irgendwie, irgendwie könnte man, öh Okay That's new Scheiße Ich bin ein Huhn Ich bin ein Huhn Ich bin ein Huhn Oh mein Gott Oh mein Gott I'm the best chicken in the world I'm so fly Like a chicken Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist hier nicht im Gemüse lande Und run Und run Und run Und run Und run Keine Kartoffeln auf dem Kopf Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott Hast du eine Dimension? Und das ist das nächste Level Ja, got it, made it First try What? Wo sind wir denn hier? Scheiße, da kommt ein Flugzeug hingegen Hä? Achso, ja klar Wieso bin ich jetzt im Flugzeug? Steh auf! Mein Flugzeug ist weg Steh doch bitte auf Steh doch bitte auf Geht so langsam Wie soll man das schaffen? Oh ja, oh ja Was soll man früher losspringen? So früh, ne? Ein bisschen earlier Ja Was? Oh nee Ach, leg mich doch an Ja Was? Ey, was? Ich kann mich doch an Ihr habt mich doch an Vielen Dank.